Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Saints Row of the PlayStation 5. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Danke an der Stelle, nochmal an alle Unterstützer und Supporter des Projektes. Auch hier gerne eine Bewertung da lassen und ja, weiter supporten, ne? Ich würde sagen, wir machen direkt die nächste Mission. Abfindungsangebot. Ja, das machen wir. Marshalls Aktie. In den Crash bringen wir, oder wie? Okay, nehmen wir den Helikopter. Schauen wir doch mal. Schauen wir doch mal. Wie gesagt, bei den anderen Missionen müssen wir uns noch weiter vorbereiten. Müssen wir noch die ganzen Nebenmissionen weiter durchballern. Also machen wir erstmal den Storystrang hier weiter an. Ich weiß auch gar nicht, was die anderen Sachen sind. Ich glaube, das ist alles was Neues, oder? Weil irgendwie, ich habe ja vor ein, zwei Folgen so den Eindruck, wo wir diese Tafel besorgt haben, oder diesen Koli, äh, ne, diesen Codex. Ähm, dass irgendwie so, nur ein Schritt erreicht wurde. Nur ein Zwischenschritt, mäßig. Und wir müssen noch ein paar neue Geschäfte hochziehen. Wie gesagt, ja, machen wir noch. Machen wir noch, aber erstmal hier. Wie gesagt, die Mission. Guck mal, hier ist absolut nichts los, oder? Na doch, jetzt werden die eingeblendet, die paar Jogger. Die Musik. Got the thumb drive. Myra, es ist mir. Die Crew ist all set. Fantastisch. Atticus will be unveiling Marshalls' new AI-powered tank at our Expo today. You're going to steal the tank and cause mayhem in the city. And how does that get Atticus fired? A public debacle like this will cause Marshalls' stock value to plummet. Once the board loses enough money, they'll drop Atticus like a two-ton turkey. All right, team. We are go. What's your status? I tell Atticus to the Expo. He's getting ready to give a press conference. Good. I want his reaction on film. Who's next? I'm at Hank and Flods. They're ready to help us hack into the Marshall tank. Have them limber up those fingers then. Eli? I'm more cows. I'm watching the market and I've already shorted the stock. I don't know what that means, but it sounds good. I'll go get the tank and start blowing shit up. Alright. The team is gathered together. I'm good. It's kind of funny. It's not so story-mäßig to remember how long it's still going, right? Because there's always something that's so한 off. And I first thought I would have been... I'll be here. Oder ist Dauerfeuer? Ähm, ja. Ah! Mensch! This is what I do, this is what I do. Warte doch, warte doch, wir haben noch einen Raketenwerfer, aber wir haben nicht so viel Munition, aber komm, einen Schuss machen wir, ne? Wir haben 30 Sekunden zu verabschieden. Sie haben 30 Sekunden zu verabschieden. Sie haben die Tank. Great, jetzt kommen Sie in den Cockpit. Was? Sie müssen die Handwerker in der Kontrolle. Und jetzt ist es wahrscheinlich sicherer in den Out. Ich meine, jetzt was? Insert Myra's Handwerker mit den Verbreidungen und Sie werden gut gehen. Was ist passiert? Das war einfach. Ich glaube, Marshal hat nie gedacht, dass eine von ihren Bigwigs helfen würde, um einen der Tank zu verbessern. Okay. Jetzt, dass jeder denkt, dass ihr Marshal eine Art AI-Tank war, geht weiter und verbreitert. So, ich muss irgendwie... Ach doch, nach vorne. Okay, sonst wäre ich hierhin irgendwie versucht. Hätte ich versucht, hierhin auf die Straße zu kommen. Jawoll! Wollt ihr Stress? Wollt ihr wirklich Stress? Wollt ihr wirklich Stress? Jawoll! Einfach Action machen! Mehr will man doch nicht. Weißt du, mehr will man doch nicht. Krill! Neh... Geh... Noah! Geh... Hör unsere moistramentsprachs! Gat' doch, ihr könnt natürlich den Tempel auf die Gefahr! Das hat das gut gehen! Oah, ich geh! Halt mich doch auf! Kommt! Mein Panzerfahren macht immer Bock, oder? Oh, sie sieht Kanonen hin! Scheiße! Was ist das? Der Preis geht um. Warum? Ich schreie ihre Reputation. Wahrscheinlich, weil der Preis so hoch ist. Niemand muss es kaufen. Okay. Geht ihr Hacker-Buddy und herausfinden, wer es ist. Gib uns einen Moment. Und... Es ist Wes Paulson, der Führung des Smelters. Na gut, er wird sich überraschend sein. Ich werde mich überraschend von der Führung des Smelters. Geht, was geht hier? So, Seite mit dir! Du entkommst nicht! Du entkommst nicht! Er, sieht aus wie der Führung ist. Wir fahren ein Rimmel, cool & flush, und du solltest gut gehen. Du wirst euch wollen? Us, hurry up! Wir würden nicht überraschend sein, wenn du nicht wie ein Rimmel warst. Es ist eine einfache Lösung. Hurry up! Fuck! Jetzt die Führung nicht funktionieren! Can't drive! Bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal! Danke! Geile Straßensperre hier, Jungs. Was soll ich jetzt abknallen? Ich sollte doch hier hinfahren. Soll ich die alle kaputt machen hier? Irgendwann soll ich doch... Irgendwann soll ich doch... ...kaputt machen. Die Panzer hier ist? Wahrscheinlich schon. Warum wird denn jetzt hier... Guck mal, warum wird denn jetzt nicht eingeblendet, was ich kaputt machen soll? Wenn man vielleicht gerade abballern war oder so weiter und dann nicht mitgelegen hätte. Wie ich zum Beispiel. Marschallstock. Okay, so long as I get it cut. My, my. You actually did it. Ira! Glad you like my work. Now, how about we finish our deal? To the point. I like it. Come to my office and we'll sign the paperwork. What the hell do you think you're doing? You're just in time for the vote. You think you could fire me? My family built this business! My name is on that goddamn building! Our stock price is rock bottom and our shareholders want your head. It's the Saints! They exposed the frontier. They robbed my train. They ruined my good name! We've done the risk assessment and you are a liability. Bullshit! This company's nothing without me! The motion is to terminate Atticus Marshall and appoint me chair of the board. All in favor? All opposed? You have a tie. Now what are you gonna do? Let's ask the tiebreaker. Looks like you're all out of lawyers. You held up your end of the deal. And now, so have I. The Saints are all yours. Thanks. We made a good team. Don't go mistaken us for friends. This was business. You interfere with Marshall again and you'll get the horns. I'm sorry. You can't see them all over the world. There are probably different ends, right? If you live? Gatling is protected. Okay. Our main base looks different. We are now done with the end. Ich hab mich geboten. Okay, schauen wir mal, ob wir überhaupt was machen können. Tatsächlich, Afterparty. Okay, alles klar. Okay, hier bauen wir einen. Okay, gut. Wenigstens hat sich das noch nicht erhöht. Okay, gut, Freunde. Jetzt kommt es drauf an. Jetzt müssen wir loslegen. Jetzt müssen wir das ganze Zeug machen. Lass uns am besten hier das Feuer da eröffnen. Oder anzünden. Ich brauche nur noch eine Karre. Aber ich will nicht den Bus haben. Polizei habe ich jetzt auch keinen Bock auf Stress. Jetzt müssen wir es machen. Jetzt müssen wir es machen. Ihr Schweine. Komm, fahrt doch hinterher. Was ist denn der Wagen so langsam, ey? Hammer Raketenwerfer am Start. Immerhin etwas. Immerhin etwas. Das ist voll leise, ey. Ganz leise der Wagen. Wollen die wirklich Stress? Oder schieße ich gerade mit... Nein, ich schieße mit meinem Raketenwerfer die ganze Zeit, ne? Ich dachte, ey, ist schon der hat eingebaut. Ja, gut. Er hat mich auch gewundert, wo ist der Scheiße gegenüber? Da dachte ich mir, ey, was laber ich selber für eine Scheiße. Na gut, ist doch okay. Ist doch gut, Mensch. Ist doch gut. Ey, wie die tun, sobald der Wagen irgendwie auf Schotter ist oder sowas, dass er komplett außer Kontrolle ist. Ey, übertreibt doch nicht. So, die Kiste ist hier vorne. Können wir auch mal eben mitnehmen. Wenn wir schon daneben stehen. Oder daneben durchfahren. Du kannst gerne einsteigen, wenn ich drei drücke die ganze Zeit. Kannst du gerne anmachen. Was hab ich denn jetzt bekommen? Stand da irgendwas großartig? Sonst stand es doch immer oben in der Mitte, wenn wir die... ...Müll rumgekramt haben, oder? Das war anscheinend nicht. Ganz ruhig hier, ganz ruhig. Ich rette da rüber hier, einfach. Komm, machen wir die Abgehörzungen. Kommt ran hier, Schweine. Kommt mal ran hier. Möge die Schießerei beginnen. Von neuem. Ich weiß gar nicht, wie viel Leuchtfeuer müssen wir eigentlich machen. Ist das dann schon das letzte? Oder müssen wir noch mehr? Wahrscheinlich müssen wir noch mehr machen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nur zwei sind am Ende. Warum müssen die... Also gefühlt auch hier die Hälfte der Gegner alle so diesen extraen Leister haben. Extra-Lebensleistung, warum stirbt der? Stirb! Mensch, komm jetzt! Ich hab noch anderes und besseres zu tun, Mensch. Leute, kommt mal her jetzt hier. Da, schon wieder jemand mit Rüstung. Und noch jemand mit Rüstung. So. Ja, ohne. Ohne ist besser. Ich frag mich wirklich, wie man darauf kommt, sowas zu machen. Also vor allem so viel davon. Ob da wirklich ein Entwickler saß und sich dachte... Alter, das ist die Idee. Das ist die knallhart geile Idee. Das machen wir. Und es muss ja auch noch jemand absegnen, weißt du? Oder das war die Idee vom Chef direkt. Das kann sein, dass da sich niemand getraut hat, zu sagen, ey... Chef... Das ist mega... Mega langweilig. Mega langweilig ist das. Aber worüber können wir uns währenddessen unterhalten? Wie gesagt, kommende Spiele haben wir ja schon abgehalten. Was macht der da? Ich drück die ganze Zeit ein Dreieck, damit ich meine Lebenssindex zurückhole. Und der packt das schon wieder durch die Gegend. Die Animation haben wir auch schon gefüllt. Das ist heute nicht mal ein Gesicht. Das war ein Rüstung. Vor allem so viele Gegner, man. Übertreibt doch nicht. Es kommen immer mehr. Bei jedem, den ich ausschalte, hofft, dass es der letzte war. Es kommt noch mehr nachgelapscht. Und noch mehr hinterher. Es hört noch gar nicht mehr auf. Welche Schnarchnase und Pissnase hat sich diese Scheiße überlegt eigentlich? Wer hat sich das überlegt? Obwohl, selbst hier werden wahrscheinlich einige wieder sagen, ey, das ist doch voll geil. Das ist doch voll geil. Was redest du für mich, Mensch? Die Grafik ist doch bei Tate, aber voll geil. Ey, die Leute, wirklich, ey. Ich könnte sagen, der Himmel ist blau. Die Leute, ich würde sagen, der Himmel ist blau. Einige würden sagen, nein, Alter, der ist rot. Was klar warst du für Scheiße? Der ist rot. Hallo? Das King hier. Wir vermitteln dir auf deine Verwaltung, Sandy Kraken. Wir vermitteln dir. Du hast gewusst, dass du dir selbst wertvoll bist. Jetzt ist es Zeit für die Schläge und die Schläge auf deine Verwaltung. Das Gericht wird mir sein, Scheiße. Du gehst runter. Ha! Geh in die Hand und mach dein Schmerz. trifft dich mit dem meister der legenden meister der legenden und wo soll es sein ist meister eleganten sollen es sein wo soll sein jetzt übersehe ich das schule oder muss ich nebenaufgaben vorhaben vielleicht bin ich auch blind gerade oder ich muss vielleicht wirklich zurück ich fahre mal zurück 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 hier schnell reisen da war es nicht so dumm dieses schloss kragen in die mehe von hier hinzubauen da sind das geile aus jungen was haben wir hier aufgebaut die rudi was geht das sieht gut aus das sieht gut aus die machen die ganze zeit nur party das gefällt mir keine ahnung wo da ist oder ist es in der mission jetzt noch eine andere zusätzliche mission tatsächlich ja es ist ja das können wir jetzt machen nice okay okay gut dann sorry 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 dann müssen wir eh hinfahren dann können wir diese storyline abschließen die eine der lang langweiligsten aller zeiten ist es ist also diese ganze lab scheiße in diesem spiel ist das ist unfassbar langweilig das meine ich dafür gibt es dann trotzdem missionen die echt cool sind die mega spaß machen oder was ist schon gut spaß machen aber das ist diese ganze lab scheiße mit ihr letztes unfassbar langweilig ich meine du ballast ja sowieso schon die ganze zeit die ganze zeit die ballast ja unfassbar viel in dem game keine weiber bisher aber gegner weg wollen mit waffen das war sowieso die ganze zeit und dann machst du es nochmal in der storyline in uncool mit spielzeugpistolen also das meine ich wer überlegt sich sowas ist mein das ist genau das was ich meine wer überlegt sich sowas wer denkt da das ist voll geil da muss man doch selber irgendwie und da gerne noch mal das beispiel von mir man hätte das viel cooler auf sie können man hätte da vielleicht machen sollen das ist dass du die ganze zeit im nahkampf kann erkämpfen muss mit irgendwie stoff schwertern oder sowas und da keine ahnung 50 leute gegen 50 und so jedes mal so eine riesige schlacht um den um den platz herrscht weißt du aber nein wir machen so eine langweilige grütze die ganze zeit durch das ist ganz komisch gather round i have questioned the law keeper and found the greatest weapon in all the realms the bowel rod this is why you made me come here i'm out wait it's a car of a sort you love cars okay this could be interesting huzza i have the perfect costume man kann ja auch sagen zu elai elai ist wie steve urkel auf wish war und wenn du steve urkel auf du bist junge wie krass kann es noch werden wie krass kann es werden wie krass kann es werden die kreis hat geantwortet haus sandy kraken steigt gegen die wehrer gwendolyn feierberg sie wird schreitzen, bevor unsere kollektive Macht aber zuerst müssen wir den leiter des haus-tape-wärts sie ist der behörter der bau-röcke und wir müssen sie bezahlen oh my god what did i sign up for where shall we find this keeper well i called fort tapeworm but she wasn't there she's at her house and what price does she demand a trade the duct tape we liberated from fort tapeworm in exchange for their most sacred weapon a sacrifice indeed aye but worth it and what is this bowel rod exactly tis a great world that dwells below the desert wastes the cry of the bauer rod is so mighty the walls of fort thunder pump shall crumble at its sound i thought you said it was a car but those who don't use their imagination it is i was pretty skeptical at first too give larp a chance i promise it's worth it fine let's go get this das ist eine lüge glaubt ihr nicht glaubt ihr nicht das ist eine lüge eine dreckige lüge wenigstens kann ich hier kurz mal einen neuen geisterfahrt warum weichen manche autos mir so ganz krass aus wie der bus jetzt gerade ist das habe ich noch nicht ganz verschonten habe ich da irgendwie einen perk aktiviert was schon wieder vergessen habe oder was kann das sein ganz komisch manche autos weichen mir so krass aus manche oder die meisten gar nicht das wird doch kein rekord es wird doch kein rekord oder werden schon über 60 sekunden so i am bosonius of house sandy kraken a new house good luck with that phoenix and dust storm have this year locked up you got my duct tape it's in the trunk great the bowel rods out back what's your name dear nina fur ledfoot what okay the keeper of the bowel rod gives nina fur of house sandy kraken her blessing go forth and whatever it's a van eli i'm trying to use my imagination but what the hell the deal was the duct tape for the worm no one told you gwen wanted it out of the game so she dismantled it you could reassemble it by i don't know stealing the props back from house phoenix i guess then you just do the ritual and you should be good to go it's all in the rules book in the glove box here are the keys that's what we do there are the keys and that's why we don't have the keys that's why we don't have to buy it that's why we don't want to buy it that's why we'll get the keys you little old Rambo first of all the cars go out of the car and I'll get it Nein, bitte nicht schau mir das Stealth. So, was passiert, wenn du sterben? Dann musst du einen neuen Charakter zurücknehmen und zurück zu 0 XP haben. Das ist so,信 mir das. Okay. Krasse Regeln. Also ich, ohne Witz jetzt mal. So in echt stelle ich mir das eigentlich ganz chillig vor. Da gibt es ja auch einige Veranstaltungen immer wieder. Das ist bestimmt schon ganz cool, aber... Das ist halt so... Weißt du, und hier hast du ein Videospiel, wo du es noch viel cooler aufziehen könntest. Schade, ja. Aber mal gucken, Flash ist ja das Finale und ein ganz cooles. Mal abwarten. Mal gucken, was da auch gleich kommt. Okay. Soll ich jetzt jeden ausschalten? Ich glaube, ich muss jeden ausschalten, ne? Hier täuscht aber nicht den Schlag an. Alter! Bisher hat er doch immer nur so angetäuscht, dass er die Leute wegprügelt, wa? Jetzt schlägt er die wirklich kaputt. Okay. Junge! Hey! Hey! Geh in den Stealth-Modus zurück! Was soll das? Ich wollte gerade sagen. Habt ihr gesehen? Jetzt ist er wieder im Stealth-Modus. Du guckst zu mir? Du guckst zu mir? Dann muss ich dich ausschalten. Ey, dreh dich weg. Du siehst mich nicht. Boah, Junge. Das ist ja... Alter, warum ist er jetzt so brutal? Das verstehe ich gerade nicht. Ach, guck mal hier. Wenn du irgendwo runterfällst, hört er auf mit dem Stealth. Habt ihr gesehen? Jetzt weiß ich, was das ausgelöst hat. Ey, komm, mach. Stealth, Stealth, Stealth. Mach den Stealth-Modus. Hallo? Ich hab nämlich keine Lust, dass du jetzt ohne... Mach jetzt den Stealth-Modus. Ohne Witz jetzt. Wenn ich die jetzt nämlich angreife und dann bin ich aus dem Stealth raus und einer der... Also der letzte Gegner, der sieht mich und ich muss alles von vorne machen. Dann rat's ich komplett aus. Ich mach's aber trotzdem jetzt. Ich dürfte mich eigentlich nicht sehen. Genauso wie wenig wir von dem Spiel gerade sehen. Okay, jetzt ist wieder Stealth-Modus. Freunde, die... Also die... Angst gerade war berechtigt. Ich wär jemand, der es wahrscheinlich geschafft hätte, oder? Dass er plötzlich nicht mehr im Stealth-Modus ist, dann mach ich einen weg von hinten und werd trotzdem entdeckt. Gut, äh, ich würde aber sagen, wir machen hier erstmal Schluss. Folge ist lang genug, Freunde. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Seid gerne dabei. Gerne, wie gesagt, eine Bewertung da lassen als Unterstützung. Haut rein und tschüss.